Na hallo zusammen, ich hier ist wieder Otschela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und heute würde ich euch heute so einen kleinen Mountgut präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns über Mythisch Plus Dungeons erspielen können. Und zwar ist es dieser schicke Todeselementar hier. Und dieser schimpft sich sündenbehafteter Todeswandler. Worüber kriegen wir ihn? Und zwar müssen wir ein Achievement uns erspielen. Und dieses Achievement schimpft sich Schlüsselmeister von Shadowlands. Und dann Season 1 ist das. Und dafür müssen wir in der ersten Season von Shadowlands alle Shadowlands Dungeons auf der Stufe 15 oder höher innerhalb des Zeitlimits abschließen. Klingt einfach, ist es mehr oder minder, je nachdem wie ihr euch schwer oder leicht im Mythisch Plus tut auch. Heißt, ihr müsst einfach nur hergehen und die kompletten Dungeons hier alle auf 15 In-Time spielen, heißt in dem Zeitlimit dementsprechend. Ich kann euch jetzt vielleicht ein paar Tipps geben, wie ich das Ganze gemacht habe und vielleicht den einen oder anderen Rat geben. Übrigens, bevor wir da vielleicht einsteigen, es gibt auch oder es gab auch andere Mounts schon für Mythisch Plus. Wir können jetzt mal reinschauen. Das ist nämlich insgesamt das zweite. Schlüssel... So, jetzt haben wir es. Das ist mittlerweile das zweite. In der vierten Season von BFA, also in der letzten BFA Season, haben sie mit angefangen, hier Mounts zu implementieren für den 15er In-Time Erfolg. Hier gibt es den erweckten Gedankenbohrer, den gab es in der vierten BFA Season, jetzt in der ersten Shadowlands, den sündenbehaften Todeswandler. Und ja, in den nächsten Season soll es anscheinend auch immer noch einen Mount geben. Diesmal halt dann Recolors von dem Elementar, ich glaube ein bisschen grünlicheren gibt es dann noch, was auch ganz nett aussieht. Und ihr könnt ihn immer nur in der Zeit holen, wo die aktuelle Season läuft. Heißt, wenn die erste Season vorbei ist, könnt ihr leider das Mount nicht mehr holen, so wie es auch bei den PvP-Mounts der Fall ist. Gut, jetzt schauen wir mal rein, was ihr machen könnt, um ja, möglichst gut hier das fertig zu kriegen. Ich habe das alles, muss ich am Rande erwähnen, random gemacht, also ich habe mich random hochgekämpft. Das ist meiner Meinung nach der schwerere Weg, der leichtere Weg ist für euch, dass ihr euch mit Leuten aus eurer Gilde, mit Freunden zusammentut oder euch tatsächlich Leute sucht, die selbiges Ziel haben, das Mount nicht zu erspielen und regelmäßig mit den gleichen Leuten loszieht. Da spart ihr euch vielleicht viel Kopfschmerzen, viel Leute, die mal aus einem Key rausliefen, wenn man mittendrin ist und solche Geschichten. Wenn man das quasi mit einer Pre-Made-Gruppe angeht, kann man sich da vieles ersparen. Und mir wurde es auch im Stream x-mal geraten, warum tust du das mit random an, als ihr heute gesehen habt, mit was ich unterwegs bin. Und ja, dementsprechend ist das ein Rat an der Stelle, sucht euch vielleicht Leute, die ihr kennt oder die das selbiges Ziel haben und mit denen ihr regelmäßig spielen könnt. Dann ist es wesentlich einfacher, man kann sich auch mit den Keys absprechen und kann dann einfach an einem Ziel arbeiten. Ich habe mich dagegen entschlossen, ich wollte mich jetzt da nicht an eine Gruppe binden und wollte es so nach und nach random absolvieren. Ich habe es mir so vorgenommen, dass ich immer maximal vier Keys die Woche spiele, dass ich einfach immer zwei Belohnungen in der Weekly Chest habe und so langsam nach und nach hochkomme. Heißt, ich habe es relativ lang gebraucht, um da hinzukommen, einfach weil ich es nebenbei, neben dem Gearing-Prozess abschließen wollte. Eine Empfehlung am Rande ist noch, holt euch vielleicht das Add-on Radio, da seht ihr auch rechts schön so ein Score angezeigt, beziehungsweise seht ihr es halt auch, wenn ihr über andere Spieler drüber fährt. Wenn ihr Gruppen baut oder auch in einer Gruppe drin seid, ist es von Vorteil, so ein Add-on zu haben. Ich weiß, es ist ein bisschen kontrovers mit dem Add-on, dass halt Leute bewertet anhand der Key-Stufe, die sie abgeschlossen haben. Ist nicht optimal, aber man hat zumindest einen groben Indikator, okay, was haben die Leute, die man vielleicht jetzt in eine Gruppe einladen will, schon gemacht? Haben die eine grobe Ahnung von der Instanz? Waren die schon ein paar Keys drin? Es ist zumindest ein Indikator und ist vermutlich auch nicht ganz verkehrt, wenn man es drauf hat. Und man kann es sich selber auch so ein bisschen einschätzen. Viel spielt tatsächlich, wenn ihr das Ganze random machen wollt, auch mit rein, dass ihr nicht hingehen könnt und sagt, okay, jetzt spiele ich einfach, cue mich bei lauter 15er Dungeons rein und versuche dann auf dem kurzen Weg das zu kriegen. Das wird nicht klappen, ihr müsst euch hochkämpfen. Ich habe mich auch hochgekämpft, ihr müsst euren Score hochspielen, so dumm es auch ist, dass euch Leute einladen in Gruppen und das immer und immer weiter hoch. Dann vielleicht erstmal alles auf 10, dann auf 13, 14, dann auch den Sprung auf die 15er schaffen. Also wenn ihr das random macht, ist es ein bisschen eine Arbeit. Und den wichtigsten Tipp, den ich euch vielleicht geben kann, wenn ihr euch bei bestimmten Gruppen reincute, wo ihr jetzt vielleicht den Key noch braucht, um einen Score hochzupushen oder um dann gleich den 15er In-Time zu kriegen, sucht euch nebenbei eine Beschäftigung und cueht euch bei Gruppen rein. Macht es nicht so, dass ihr euch nach Oribos steht, bei 5 Gruppen reincute und dann, wenn ihr nach 5 Minuten nirgends einen Invite habt, frustriert seid. Macht nebenbei irgendwas. Teilweise kann es eine halbe Stunde sein, dass ihr irgendwo reinkommt. Und selbst ich, wo ich jetzt die ganzen Dinger auf 15 In-Time habe, tue mich teilweise schwer, in den 15er Key reinzucuten und muss dann mehrere Minuten warten, wenn ich in den bestimmten rein will. Sucht euch eine Nebenbeschäftigung, wo ihr vielleicht irgendwas farmt, irgendwie Worldquests macht, andere Sachen. Und wenn der Key dann, wenn euch eine Gruppe einlädt, dann ist es eher so, ah, okay, jetzt kann ich das machen und stehe nicht nur rum und warte. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. In den Dungeons an sich kann ich euch empfehlen, Standard-Add-ons zu haben, Deadly Boss-Modes, Big Wigs und Konsorten. Es gibt auch verschiedenste Weak-Auren für Mythic-Plus-Dungeons, die praktisch sind. Man muss sie nicht haben. Und was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, bei mir war es auch so, hauptsächlich auch bei Depleted-Dungeons, die nicht nur herzunehmen und sagen, okay, das war jetzt Zeitverschwendung, sondern zu sehen, man kann aus jedem Dungeon, jedem Run was lernen. Ich fahre immer als Tank, da muss man ja auch immer oftmals die Route vorgeben. Ist es eine schöne Sache, wenn man lernt, okay, der Pull hat da nicht geklappt, das klappt da nicht, vielleicht laufe ich das nächste Mal so rum, das nächste Mal so rum. Das sind alles Lernprozesse und jedes Dungeon bringt einen weiter. Vielleicht, es gibt manche, wo man sagt, okay, das hat mir jetzt gar nichts gebracht, aber die meisten bringen einen weiter. Dann kann ich euch noch eins empfehlen, es gibt einen Add-on des Schimpfzig Mythisch Dungeon Tools und dort kann man seine Route planen und zwar vor allem bei Keys über Keystufe 10 hat man den Special Affix jetzt hier in der ersten Season, dass dieser Pride kommt und da kann man ganz schön planen, okay, wo will ich meinen Pride haben. Zum Beispiel will man oft den Pride von einem Boss haben, heißt zum Beispiel, das war mein letzter Key, der mir gefehlt hat, die andere Seite, da habe ich auch, kann ich euch erzählen, eine Geschichte gehabt, dass ich einmal falsch rumgelaufen bin oder halt die Werte nicht richtig zusammengezählt habe, dann ist der Pride falsch gespawnt, das hat den Key versorgt und so, das ist ärgerlich, wenn sowas passiert. Deswegen kann man solche Tools nutzen, sich dann so ein bisschen das zusammenrechnen lassen darüber und sieht ganz schön, wo man ist. Zum Beispiel jetzt, um es auf der anderen Seite zu zeigen, wenn ich jetzt hier reingehe, das erste Pack-Pull, das zweite Pack-Pull oder man kann hier gucken, das dritte, das vierte, hier spawnt der erste Pride, weil 20% spawns, dann sind wir hier, dann pulle ich den nächsten hier und dann würde ich ja eigentlich sagen, okay, ich gehe jetzt weiter hier rein und kill den Boss, aber nein, hier läuft man dann zurück, macht dann das Pack, das Pack, das Pack, das Pack und dann ist man nämlich genau auf 40% und kriegt direkt vor dem Boss den Pride. Solche Sachen sind ganz interessant, vor allem bei Wochen, wo dann Boss-Buff ist, kann sowas tatsächlich viel ausmachen. Wenn man dann nochmal diesen Damage-Boost über den Pride in den Boss mit reinbekommt, dann vielleicht da noch HT reinzieht, das sind Sachen, die machen tatsächlich viel aus und deswegen sind so Tools wie Mythic Dungeon-Tools eine praktische Sache. Man kann sich natürlich auch Videos angucken von verschiedenen Runs und daraus ein bisschen lernen. Übrigens, ich habe alle meine 15er In-Time-Runs, lade ich jetzt die nächsten Wochen, jede Woche, glaube ich, einen Run zumindest hoch. Falls ihr euch die anschauen wollt, vielleicht hilft es wem. Es gibt natürlich deutlich bessere Leute als mich, die 20er und höhere Keys laufen, wo man natürlich vielleicht auch gucken kann, aber wer lieber so einen gechillten 15er mit einem Random-Pack anschaut, die sich vielleicht nicht so einfach tun, das sind vielleicht Videos, die euch ein wenig weiterhelfen können. Genau, das sind die Sachen, die ich euch soweit mitgeben wollte. Ja, das war es eigentlich soweit. Ich glaube, ich habe nichts Großartiges vergessen. Wie gesagt, alle 15 In-Time müsst ihr halt spielen und dann gibt es ein schickes Mount und wenn ihr es jetzt in der ersten Season verpasst habt, in der nächsten Season gibt es dann wieder ein neues Mount. Das hat man schon vorgestellt bekommen, sieht eh nicht aus und ich vermute, Blizzard ist faul genug, dass sie jetzt die komplette Shadowlands das gleiche Mount machen mit anderen Farben. Wenn man ein Recolor-Fan ist, ist das schön, ich bin es eher nicht. Und naja, lassen wir uns überraschen, was noch so kommt. Okay, das war es mit dem kleinen Mount-Guide. Sollte es Fragen, Anregungen oder weiteres geben, gerne damit in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mount-Video wieder. Eutela, bis dann, ciao! Ciao!